Meditieren und Schweigen Wozu dient Schweigen während Meditationsretreats? Ist Schweigen notwendig, wenn Du mehr meditieren willst? Oder ist es hilfreich? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen an Sukadev. Sukadev, das bin ich, und ich möchte heute sprechen über Meditieren und Schweigen. Ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya, Internetadresse yoga-vidya.de Bei Yoga Vidya bieten wir regelmäßig Meditationen und intensiv Schweigen-Seminare an. Auch in den sogenannten Shivalaya-Retreats und in Shivalaya-Klausuren ist auch Schweigen dabei. Wir haben regelmäßig Wochenend-Seminare und wir haben auch 5-Tage-Seminare, 7-Tages-, 9-Tages-Seminare und ab und zu mal auch 2 Wochen. Und dabei wird intensive Meditation mit Schweigen verbunden. Und wozu Meditation gut ist, das weißt Du vermutlich. Meditation hilft, dass Du nach innen kommst. Meditation hilft, zu Dir selbst zu kommen. Meditation hilft Dir aber auch, Dich zu öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Meditation hilft Dir, vom Geblabber des Geistes Dich zu lösen. Meditation hilft Dir natürlich auch für Gesundheit, körperliche und psychische Gesundheit. Meditation gibt Dir mehr Energie, Klarheit des Geistes, gibt Zugang zu Deiner Intuition und zur Kreativität. Wozu soll jetzt Schweigen gut sein? Es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen hilft Schweigen, zur Ruhe zu kommen. Heutzutage haben Menschen so viel Stress und so viel zu tun und sind immer wieder zerrissen zwischen allem Möglichen. Mal einen Tag oder ein paar Tage zu schweigen, hilft, dass Du abschalten kannst. Dein Stress kann weniger werden, wenn Du einfach mehr zur Ruhe kommst. Und vom Yoga her ist Sprechen auch eine Funktion von Udhanavayu. Es ist eine der fünf Prana-Manifestationen. Und wenn Du mal ein oder ein paar Tage schweigst, kann sich Udhanavayu diese Energie, die auch verantwortlich ist für guten Schlaf, für Entspannung und auch für eine gewisse innere Ruhe, kann sich regenerieren. Wenn Du mal ein oder ein paar Tage schweigst, hilft Dir das, zur Ruhe zu kommen. Manche sagen ja auch, dass ein Grund, weshalb Depressionen heutzutage zunehmen, ist, dass Menschen sich keine Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, mal etwas zu schweigen. Und dann werden sie praktisch gezwungen zum Schweigen, eben durch diese, letztlich durch Depressionen oder Burnout. Wenn Du ab und zu mal schweigst, dann hilft Dir das, dass Du insgesamt Dich wohler fühlst und dass Du Dich regenerieren kannst. Ein dritter Grund für das Schweigen ist natürlich auch, dann geht die Meditation leichter. Du wirst nicht abgelenkt. Zum Teil kommst Du natürlich auch in Prozesse. Wenn Du Dich durch Sprechen nicht ablenken kannst, dann werden mehr innere Emotionen und innere Erinnerungen und so weiter hochkommen. Also, wenn Du intensiv meditierst und aber schweigst, das kann Dir sehr viel mehr bewusst machen, was so alles in Dir angelegt ist. In diesem Sinne, meditieren und schweigen ist eine sehr machtvolle Kombination. Und wenn Du zum Beispiel das erste Mal zu vielen Stunden am Tag meditieren willst und dabei schweigen willst, wäre mein Tipp, mach es in der beschützten Umgebung eines Ashrams oder eines Meditationszentrums, wo dann auch Menschen da sind, die Dich begleiten und die Dich inspirieren können. Ich würde Dir nicht raten, Deine erste Intensivphase von Meditation für Dich selbst alleine zu machen und gleichzeitig zu schweigen. Jeder kann für sich alleine meditieren lernen, eins, zwei, drei Mal am Tag 20 bis 30 Minuten meditieren, aber intensive Praxis ist gut, erstmal in der beschützten Atmosphäre eines Ashrams zu machen. Schweigen hat noch einen weiteren Grund. Letztlich im Yoga heißt ja Schweigen Mauna. Und es gibt mehrere Formen von Mauna. Nicht sprechen wird zum Beispiel genannt Wang Mauna. Wenn Du versuchst, Dein Geist zur Ruhe zu bringen, dann ist das Sushubti Mauna. Und wenn Dein Geist zur vollkommenen Ruhe gekommen ist, dann ist das Maha Mauna. Und Maha Mauna ist letztlich gleichbedeutend mit Samadhi und Erleuchtung. In diesem Sinne, mit der Sprache aufzuhören, macht Dir erstmal bewusst, wie viel Dein Geist blabbert. Aber wenn Du Dein Geist zur Ruhe dann bringst, dann kommst Du zu der Tiefe Deines Wesens. In diesem Sinne kann es hilfreich sein, zu schweigen. Inneres Schweigen führt dann schließlich auch zu äußerem Schweigen. Und wenn Du innerlich zur Ruhe gekommen bist, kann es auch helfen, äußerlich zur Ruhe zu kommen. Äußere Ruhe hilft der inneren Ruhe. Aber natürlich wirst Du nicht dauerhaft schweigen wollen. Man könnte auch sagen, es ist durchaus gut, ab und zu mal zu schweigen. Es ist durchaus gut, manchmal etwas mehr zu schweigen. Aber meditieren und schweigen Schweigen ist immer nur für einen bestimmten Zeitpunkt. Same Shivananda zum Beispiel empfiehlt, jeden Tag eine Stunde zu schweigen und diese Zeit zu nutzen für Deine spirituellen Praktiken. Das ist jetzt nicht viel. Aber diese Stunde braucht es auch. Vor allen Dingen ist auch wichtig, dass Du weißt, in der Stunde werde ich schweigen und nicht sprechen. Als zweites empfiehlt er, einmal die Woche etwas mehr zu schweigen. Vielleicht zwei bis vier Stunden, wo Du mit niemandem sprichst. Du kannst das ja verbinden mit Meditation, Yoga, spirituelles Lesen und vielleicht einem Spaziergang. Das heißt aber nicht, dass Du in der Zeit chattest oder Internetnachrichten liest, sondern es heißt, dass Du Dich zwei bis vier Stunden, einmal die Woche, mit Spiritualität beschäftigst und Dich nicht ablenken lässt durch das, was Du liest, schreibst oder auch sprichst. Und dann wird noch empfohlen, ein- oder zweimal im Jahr etwas länger zu schweigen. Vielleicht ein Wochenendseminar mitzumachen oder vielleicht fünf Tage schweigen. Und wenn Du das so machst, dann hast Du ein gutes Gleichgewicht. Und ansonsten sprich mit Mitgefühl, mit Stärke, mit Energie und mit Freude. Ja, mehr Informationen auch über die Meditationsretreats Meditationsretreats bei Yoga Vidya auf yoga-vidya.de und dann gib einfach ein Retreat oder auch Schweigeretreat oder Meditationsretreat und dann bekommst Du die Informationen, was bei Yoga Vidya möglich ist.